Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Teil der Lowiner Missionen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir haben wieder eine Zwei-Spieler-Mission wie die letzte auch und diesmal ist auch wieder an meiner Seite der gute Micha. Ja, servus. Hallo, hallo. Ja, schauen wir mal, was jetzt davon zukommt. Die letzte Mission war ja schon ein bisschen tricky teilweise. Ja, aber ich denke, das könnte jetzt noch schlimmer werden. Naja, dann schauen wir mal. Team und Bodenteam, lass mich wieder aufs Dach. Ja, das hat ja eben gut geklappt. Zumindest dann irgendwann. In der Fall müssen wir mit der Absprache ein bisschen besser sein. Ja. Ja, als wir dann den Dreh raus hatten, ging's. Wie war der heiß gewesen mit, ähm, Wimpernetz? Mhm. Die mit den, ähm, Rockern. Nee, mit den Wissenschaftlermannen. Ja, oder es war auch mal Rocker, die wir aus Rollen räuchern mussten. Ich glaube, die war auch eine Mission. Ich weiß nicht, ob das da heißt war, oder ob es jetzt einfach nur eine normale Mission war. Aber der war auch ein, weißt. And I thought loyalty meant something. Fucking people, man. Everywhere I go, I've been offended people or getting ignored by them. Der M-ne, nicht der Mutter kommt, sondern der andere. Pfff. Pfff. Naja. Naja, die Wissenschaftler war es genauso. Schauen wir mal, was geht. Die Leute abdrücken. Wo müssen wir hin? Wir müssen hier unten hin. Oder ich zumindest. Naja, ich muss hier unten hin. Ich muss unten hin. Einer unten im Küsch. Ich frage ich es genau, wo ist es. Da. Ach, da hinten findet ihr auch da unten. Okay. Warum kann ich mich nicht verstecken? Okay, da kommen was Blaues. Ja, das Problem. Moment. Das Problem ist einfach nur, irgendwie will er sich nicht verstecken. Mach ein Foto von den eintreffenden Logo, Alter. Hast du den Foto beraten? Wenn die. Ah, stimmt. Nein. Ach, so macht es. Nummer zwei. Drei. Jetzt kommt man den einen nicht hin, der da hinten ist. Okay. Okay. Schön. Ich habe das Gefühl, dass wir gleich hier abgehen dürfen. Ich will er dann mal schauen. Spiel ein und low, Alter. Jetzt dürfen wir. Wieso müssen wir auch einfach nur wegrotzen. Sehr schön. Kann ich ja eigentlich eine Runde vom Dach schießen. Ja, wäre, glaube ich, sehr sinnvoll. Ich glaube, ich kann da nicht einfach reinschießen mit einem Raketenwerfer, weil er da was haben will. So, der ist da auch. Der auch. Ja, noch nicht? Jawohl, schön. Dann komme ich jetzt gleich mal Richtung, ein bisschen nach vorne springen. Einfach für mich ist dann auch mehr zu rotzen. Ja, den habe ich erledigt. Ja, den habe ich erledigt. Ja, da hinten ist neben dir. Da hinten ist er nicht. Ja, hinter der Tonne. Ja, der abwerbt es beide. Guck, guck. Hey, da war noch einer. Der steht auch noch. Der war. Da kommt wieder was. Warte, die kommen von da. Das ist ja schön, weil dann machen wir das mal ab. So, jetzt kannst du verbrennen, Kollege. Über die Gleise unten, da haben wir auch noch zwei. Scheiße. Auf ihn. Ich wollte ganz kurz was essen. Ja, ja, alles gut bis jetzt. Alles, was jetzt in meine Richtung kommt, ist jetzt eigentlich nicht mehr viel. Der Typ ist hier. So, und dann noch kurz Panzerung anziehen. Ach, da hinten ist es. Da im scheiß Auto. Komm her. Kapit. So, jetzt muss irgendwo noch ein Auto stehen. Ja, da ist noch ein Auto und da ist noch... Ja, Autorenen. Okay, den Typ habe ich. Und jetzt mal kurz raus zu dem Auto. Warte, lass mich das Auto klopfen machen. So. Ja, aber er schießt noch auf mich. Aber jetzt ist aber... Ist okay. So, er will einmal den wagen und einmal den da hinten. Welchen? Nachdem ich... Der, wo es der Anzeige kriegt. Ja, das war der falsche, den ich hatte. Du fährst mit dem weg, dann hole ich mir den hier. Okay, ist klar, dass, was kommt. Das ist eigentlich nicht alles zu erwarten. Guck mal, guck mal, wo die schnellste... Ich glaube, wir fahren einfach dem Punkt entlang. Ich glaube, die einfach schnellste Lechode. Weil es auf der kürzeste Weg ist. Einfach durchfahren. Oh, ich hatte Lowrider-Rodos. Das geht. So, 900 Meter. Da vorne wartet was auf uns. Oh, ein LKW. Oh, ich habe einen Penner, Junge. Ich bin bei der Seite. Ist er auf der Rode? Ja, alles gut. Ich habe aber jetzt fünf Stück hinter mir, Junge. Na, macht's doch in der Ecke, dann. Ja, ich habe das. Ja, ich habe das. Alles gut. Der hat sich kurz so lange... Der hat sich kurz so lange nur einmal kurz auf die eigene Achse gebläht, statt um die... Ah, da. Da ran. Erledigt. Sehr schön, sehr schön. Dann macht ihn mir auch. Ja, ich habe einen Kratzer. Hm, mehr oder weniger Kratzer. Das ist alles gut. Das ist das auch. Ja, das ist der Geralt. Sehr schön. Mission gestanden. Sehr schön, sehr schön. Und 11.000 Dollar bekommen. Ja. Ah, der gute Dings, der zahlt Kohl, der Lama. Der zahlt auch bei der Drogen ein bisschen und zahlt eigentlich auch mal richtig gut Kohle. Na gut, macht er sein Geld über Drogen. Cool. Das brauche ich eigentlich schon lange. So. So, schon im Spiel, ja. So, wir sind auf einem Server, das ist sehr gut. So, können wir gleich durchziehen. Steck mal mit ein. Ja, bin gerade dabei. Geht's oder geht's nicht? Geht nicht. Gut, dann warte. Jetzt geht's. Ja. Warte, ich überweise kurz noch mein Geld. In der Zeit warte ich auch noch auf den Anruf von... Ja, das Geld überweisen mache ich jetzt auch gerade schnell noch. Uh... Das ist nämlich auch schon weg. Warte ich noch auf den Anruf? Die fand ich einfacher jetzt, als die davor. Na gut, wir mussten, wir mussten wegrotzen. Wir mussten nicht mit taktisch, äh, da durchgehen. So, ich krieg halt den Anruf. Kriegst du gerade einen? Mhm. Ah, jetzt bin ich auch ein. Mhm. 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 Ich würde mir vorstellen, ob es wieder eine 2-Spieler-Mission ist oder eine 4-Spieler-Welde. Eine gute Familie und eine gute Dani befindet sich ja immer noch im anderen Raum. Nur. Während sie, ähm, dieselben Missionen gerade spielen wie wir. Ja. Das ist es ja eben. Und wir eigentlich nur warten, bis wir alle wieder zusammenarbeiten können. Ja, ich denke, dass es noch eine 4-Mission kommt. Ich denke, das wird jetzt genauso sein wie bei dem ersten, ersten 4, quasi, äh, eine 4-Spieler, 2-2-Spieler, eine 4-Spieler. Und dass es jetzt wahrscheinlich wieder genauso ist. Hoffe ich zumindest mal. Ah ja. Sehen wir sehen. Hey, wir haben eine 4-Spieler-Mission. Ah, dann müssen wir warten. Sehr gut. Dann müssen wir warten. Äh, warten würde ich nicht. Wir können aber zumindest schon mal die Dinge annehmen und gucken, dass wir reinkommen, weil deshalb geht ja immer so die Probleme. Ich probier das mal. Bleib mal du draußen noch. Ja, ich will. Äh, okay, das ist ein offener Server, vielleicht nicht dran. Warte, ich probier's auch mal direkt. Wir probier's dann auch nochmal. Mach du und du. Dann haben wir's vielleicht. Einer von uns muss das ja dann schaffen. Kommen wir mal. Na, dauert schon zu lang bei mir.